Willkommen zu Frequent Traveller TV. In der heutigen Ausgabe geht es um das Lufthansa Group Update, das wir immer wieder versuchen am Donnerstag euch zu bringen. Wir haben einige Themen, zum Beispiel Eurowings fliegt wieder nach Amerika, dann Retrofit der Business Class in die 747-8, Hoffmeister flippt aus. Und wir haben dann nochmal innerdeutsche Zusatzflüge, dann werden natürlich solche Warmwasserziele oder sowas werden auch nochmal von der Lufthansa vermehrt angeboten. Dann hatten wir thematisch, ja Eurowings Discover habe ich ja schon gesagt, mit USA. Ich weiß es gar nicht. Haben wir noch ein Thema, was wir vergessen haben? Wir werden es nach dem Intro wissen, oder? Nach dem Intro. Willkommen zu Frequent Traveller TV. Nach dem Intro auf der linken Seite, wie immer, der Hoffmeister. Und auf der rechten dann natürlich der Kostein. Ganz genau. Und wir sind hier, um euch mehr meinen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen beim gepflegten Viehflieger Talk. Und da ihr ja gute Zuschauer seid und dafür danken wir euch recht herzlich, denkt dran, abonnieren, Abonnierbefehl, Glocke an, die Glockenbefehle und dann natürlich diesen Beitrag liken und unten ganz wichtig kommentieren. Ja, da der Kollege Hoffmeister schon aus dem Häuschen ist, Mario, muss ich ja sagen, wir benutzen ja das ja nur zum Intro. Stil im Element, ihr wisst das schon. Welches Thema hat dich der meisten heute wieder erfreut? Ja, also wenn es dann, da wir ja das Lufthansa-Update machen und vielleicht nachher noch ein, zwei andere Infos. Ja, freut mich natürlich am meisten, dass es dieses Jahr mit der Lufthansa-Tochter Eurowings Discover tatsächlich auf die Amerika-Strecken geht. Und insbesondere Tempa ist da erwähnt worden, aber vielleicht auch noch Fort Myers im Dezember. Also durchaus auch Warmwasserziele, mal abgesehen von den klassischen wie Mauritius und dergleichen mehr, ist das natürlich eine tolle Sache. Und außerdem ist auch der eigentlich erst für den Sommer angedachte Start zu den weiteren Zielen wie Las Vegas, soweit ich weiß, auch nach vorne geschoben worden. Also soll jetzt dann wohl schon im März Richtung Las Vegas gehen mit Eurowings Discover. Also alle sind ganz heiß drauf. Die Buchungszahlen sollen ja auch laut eigener Pressemitteilung von Lufthansa tatsächlich Richtung USA explodieren. Ich habe es immer vorausgesagt, wenn die Grenzen aufmachen, dann geht es richtig zur Sache. Und insofern ist das natürlich sehr erfreulich, weil das natürlich mehr Ziele gibt, mehr Flüge und mehr Möglichkeiten, wieder in die USA zu kommen. Und insofern finde ich das alles ganz wunderbar. Und ja, damit im Zusammenhang, du hattest es in der Einleitung gesagt, gibt es auch tatsächlich wieder mehr innerdeutsche Flüge, Zubringerflüge oder zumindest auch Flüge von den großen Städten nach Frankfurt und München, insbesondere Berlin und Hamburg, sei da erwähnt. Und dann auch wieder in den sogenannten Randzeiten, was sicherlich für Geschäftsreisende von großem Vorteil ist. Ja, meine Begeisterung kennt keine Grenzen. Die nächste ist natürlich die in Aussicht gestellte Business Class. Aber vielleicht magst du da mal was zu sagen. Ja, die neue Business Class, die ja kommen soll, soll also auch retrofitted werden in alle Flugzeuge, die bei der Lufthansa im Moment fliegen. Heißt also, die 350er und die 747-8er sollen die bekommen. Dauert natürlich wieder ein Projekt für ein paar Jahre deshalb. Aber die 380er bekommst du nicht. Auch wenn bei Qatar gestern per Paukenschlag verkündet worden ist, der 380er fliegt über das Winter. Ich bin immer noch der tiefsten Überzeugung, dass USA mit 380er angeflogen werden könnte. Aber wer bin ich, um so etwas zu formulieren? Also, wie gesagt, die neue Business Class kommt auch mit den ganz, ganz neuen Sitzen. Nicht mit der 787 zu verwechseln, die halt von den Sitzen her zum neuen Sitz eine Light-Version sind, zum alten Sitz aber ein deutliches Upgrade sind. Also insofern, das ist in meinen Augen eine super Geschichte. Natürlich sagen jetzt glöswillige Zungen, hey, wenn die das Ding einbauen, dann ist das schon veraltet. Ich glaube es in dem Fall nicht, weil so wie wir von Lufthansa gehört haben, waren sie wie immer sehr zukunftsweisend. Ja, also weiß ich nicht. Ich meine ja irgendwo gelesen zu haben, dass das die, das ist ja quasi nur ein Flugzeug, die 787, die sie da bekommen, die ja jemand anders bestellt hat, dass sie die Business Class des ursprünglich angedachten Käufers darin bekommen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die dann aussehen wird. Ja, es sind ja zwei Käufer gewesen. Ich glaube einmal, also vier von einem und eine von dem anderen. Wir werden sehen, was da dann passiert. Ja, man darf sehr gespannt sein und wir sind sehr gespannt darauf. Und ich bin auch sehr gespannt, wenn die neue Business Class tatsächlich in die vorhandenen Flieger eingebaut wird, wie die dann da so konfiguriert sind, insbesondere bei der 747-8. Ganz genau. Dann haben wir wieder eine Geschichte, die hatten wir im Intro gar nicht erwähnt. Das ist auch aus der Lufthansa-Gruppe, die Austrian Airlines, die nach Chicago fliegen sollte, die dann in Kevlar-Wieg gelandet ist, quasi elf Stunden von Wien nach Wien. Wir hatten das ja letztens mit der Lufthansa auch. Ich glaube, das war Chicago, wo die hin? Ja, auch Chicago. Die haben wieder gedreht. Genau, die haben gedreht, aber die Österreicher haben aufgrund eines Notfalls, sind sie halt wirklich in Kevlar-Wieg gelandet, haben den Passagier ausgeladen und haben dann den Rückflug nach Wien begonnen. Im Aerotelegraph stand halt mit der Überschrift sicher ist sicher. Jetzt fragt man sich, Kevlar-Wieg, ist das nicht näher an Chicago als was anderes? Ja, das Problem ist aber ganz einfach in dem Fall gewesen, man hat so viel medizinisches Material benutzt, was man brauchte an Bord, dass es halt nicht mehr nachgekältert werden konnte, weil so wie ich gehört habe, also ich dachte mal so Defibrillator und diese Pads und so, aber da gibt es anscheinend so viele Standards als einen Punkt oder auch andere medizinische Medikamente, die man einfach gar nicht vor Ort vielleicht kaufen kann oder darf. Das heißt also, in Wien hat man die gehortet, weil man da ja einen Betriebsarzt hat, der so etwas da machen kann. USA geht sowas nicht. Dann ist man halt einfach zurückgeflogen aus Sicherheitsgründen. Mag für den einen oder anderen etwas restriktiv sein, für den anderen natürlich übervorsichtig, aber hier Safety first. Und wenn ihr das auf Flightradar verfolgen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, da seht ihr den Flug auch. Das war die Austrian, ich gucke das ganz schnell nach, die Oscar Ecolima Papa Charlie mit Triple 7. Und das war der Flug OS 65 vom 28. September. Also insofern war das vorgestern. Also insofern da noch mal gucken. Fand ich eine spannende Geschichte. Aber auch hier wieder muss man Verständnis für haben, oder Mario? Ja, absolut. Also sowas kann halt passieren. Ein Flugzeug ist nun mal keine Bahn, die am nächsten Bahnhof mal kurz stehen bleiben kann und ein Rettungswagen bestellen kann, ein Flugzeug. Wenn es in der Luft ist, muss den nächsten Flughafen anfliegen, der nicht zwingend immer ganz nah ist. Und dann gelten halt, du hast es richtig erwähnt, besondere Vorschriften für die Luftfahrt. Und da das im Grunde ja die Sicherheit für uns alle ist, finde ich das völlig in Ordnung, dass man das so gemacht hat. Es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man an Bord ist und nach elf Stunden wieder zurück am Ausgangspunkt ist und dann einen Flieger später nehmen muss. Aber man muss sich halt immer überlegen, was passiert, wenn man selber mal der medizinische Notfall ist. Da möchte man dann auch, dass zumindest alles, was an Bord möglich und vorhanden ist, dann auch tatsächlich da ist. Und insofern finde ich, ist das ärgerlich für die anderen Passagiere. Aber setz live und da muss man dann halt mal durch. Ganz genau. Dann als nächstes Thema einfach etwas aus dem Cargo-Bereich mal genommen. Warum ganz einfach? Weil die MD-11, das ist ein ikonisches Flugzeug. Ich bin mit der Vorgänger geflogen. Ich glaube damals LTU TriStar, die war ja so ähnlich von der Optik her. Dann auch mit der Finner, mit den kleineren Brüdern, MD-80, 81, 82, wie die alle hießen. Und dann auch mal mit der MD-10. Die hieß ja damals, glaube ich, DC-10. DC-10, genau. DC-10. Aber die ist dann als Cargo-Maschine bei den Kunden weiter verhurt worden, hätte ich fast gesagt, weil die kein Verkaufsschlager war. Die Lufthansa hat aber sich dazu entschieden, jetzt Mitte Oktober die letzte bei der Cargo auszuflotten, zumal sie ja auch 777F bekommen haben. Sogar auch irgendwie noch welche dazugekauft haben. Und damit gibt es in der Welt nur noch drei Fluggesellschaften, die auf dieses Muster setzen. Das sei es nur mal erwähnt. Wer also Spotter ist, muss in Frankfurt sich noch mal hinbemühen und schauen, ob er einen Schuss von der MD-11 bekommen kann, falls man das noch nicht hat. Aber ich glaube, jeder hat da schon so alt die Maschinen abgeschossen im Sinne von Foto. Mario, nächstes Thema. Was haben wir noch? Vielleicht noch mal sozusagen ein Randthema zur Lufthansa, weil ich bringe dich ja immer gerne auf dein Lieblingsflugzeug, die A380. Singapur Airlines soll ab Januar wieder den berühmten Frankfurt-Flug nach New York mit dem A380 machen und steht damit ja auch im Grunde in direkter Konkurrenz zur Lufthansa. Und damit sind deine Worte ja im Grunde wieder bestätigt. Denn du sagst ja, und hast es vorhin auch gesagt, du meinst, für USA-Flüge wäre auch bei der Lufthansa eine A380 von der Kapazität her durchaus gegeben und angesagt. Singapur Airlines probierte es ganz einfach von Frankfurt wieder aus. Und insofern ist das für alle wie dich, die gerne mit diesem Flieger fliegen, und Singapur Airlines ist ja auch Starlines, durchaus eine Überlegung wert, dann statt mit Lufthansa, mit der Singapur Airlines von Frankfurt nach New York zu fliegen. Ja, ganz genau. Vor allem sind ja im Moment auch viele Meilenplätze frei verfügbar. Also die sind weit offen. Das nur so als Hinweis, wer da fliegen möchte. Oder aber, wer anderweitig in die USA möchte, Ex-Spanien, Barcelona, Madrid oder aber auch Warschau, da gibt es die jetzt in der First Class. 3.500 Euro aufwärts, so ungefähr ein bisschen niedriger, wenn man Glück hat. Je nach Datum, ich fand es nicht einen wirklichen Schnapper, aber ich will es euch zumindest einmal gesagt haben. Also wie gesagt, wer A380er fliegen will, kann das mit Singapur Airlines machen und kann sich da dann damit vergnügen. Eine Sache noch, die ich auch spannend fand aus dem Lufthansa-Konzern, wir hatten das ja gesagt, dass die Swiss und die Lufthansa eine Art Impfzwang einführen, die Austrian den nicht machen möchte. Und die Swiss möchte jetzt in die Fußstapfen der United Airlines treten und die Impfunwilligen, so wird es pauschalisiert, da wird nicht differenziert, ob die Leute sich nicht impfen lassen können, zum Beispiel aus medizinischen Gründen oder halt wirklich etwas dagegen spricht, wollen sie rausschmeißen, entlassen. Also wie passt das zusammen? Auf der einen Seite machen sie bei dieser Voting-Geschichte letzte Woche in der Schweiz Werbung für Diversity und so weiter und jetzt in der Kiste, danke, tschüss, Abfahrt. Also verstehe ich nicht. Ja, finde ich auch ziemlich bemerkenswert. Nun kenne ich leider die Arbeitsgesetzgebung in der Schweiz nicht. In den USA mal eben 600 Leute bei United vor die Tür gesetzt, weil sie sich haben nicht impfen lassen. Gut, wir wissen, dass der Arbeitsschutz in den USA oder die Arbeitnehmerrechte in den USA nicht so zwingend ausgeprägt sind. Aber in der Schweiz, weil man sich nicht impfen lassen möchte, aus welchen Gründen auch immer, das ist schon eine heftige Nummer. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, ob das einfach so möglich ist, aber die Swiss wird sich sicherlich etwas dabei gedacht haben. Also insgesamt, hast du allerdings recht, ist das schon ziemlich heftig. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man von den Fluggästen verlangt, wenn wir gesagt haben, 2G-Regelung demnächst vielleicht nur noch. 2G-Premium. 2G-Premium mit PCR-Dress. Genau, 2G-Premium. Dann muss natürlich entsprechend auch das Kabinenpersonal genauso verfahren werden. Warten wir es ab, wie es ausgeht. Ich finde es auf jeden Fall, im Gegensatz zu den Dingen, die du eben erwähnt hast, letzte Woche hat man sich noch so als ganz tolerant und divers gegeben, dass man da jetzt kurz einen Prozess macht, das ist schon wirklich heftig. Aber wie findet ihr das? Du hast noch nicht darauf hingewiesen. Kommentiert das doch einfach mal. Ganz genau. Also kommentiert das so, wie der Hoffmeister die Hande runter macht. Nur wenn ich das mache, ist es das Original. Original-Kopien sind halt nur Kopien, so ist das einfach. Was willst du machen? Kannst du gar nichts machen. Das sage ich jetzt eigentlich in jeder Sendung, nur wer hat der kann. Also, ja, auf jeden Fall gut, dass wir darüber gesprochen haben. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, dass wir heute wieder viele diverse Themen aus der Lufthansa-Gruppe zusammengebracht haben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Haben wir was vergessen, Mario? Nein, ich denke nicht. Das war es im Großen und Ganzen. Und wir wollen ja auch nicht immer zu lange schwabeln, damit die Leute auch bis zum Ende dabei bleiben. Das ist richtig. Für 20 Minuten brauchen wir noch fünf Minuten. Also insofern machen wir die jetzt auch nicht wahrscheinlich voll. Aber wie gesagt, es war ein bunter Strauß an Themen, ein Potpourri der Informationen aus der Lufthansa-Gruppe. Ja, guten Laune. Freuen Sie sich jetzt. Kommerzieren Sie jetzt. Und welches Thema war bei euch das, was euch am meisten berührt hat, in Anführungsstrichen? Mario war ja ganz gerührt und nicht geschüttelt von den USA. Er ist sogar auf dem Trip, dass er mit Eurowings Discover nach Las Vegas fliegen will. Ich will überall fliegen. Das können wir übrigens machen. Wir machen das auch. Aber vorher machen wir noch das Horn Circle Unboxing. Wobei ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, ich weiß gar nicht, wo ich mein Horn Circle Paket versteckt habe. Das ist aber noch original verpackt. Ich weiß nicht, was drin ist. Sag das nicht. Sag das nicht. Ich baue Druck auf. Ja, ein wenig schon. Ja, vielleicht kann aber auch noch mal einer sagen, was sind denn eure ersten Flüge, die ihr in die USA gebucht habt. Oder habt ihr vor, demnächst mit Eurowings Discover zu buchen? Würde uns auch interessieren. Und ja, ansonsten würde ich mich schon mal verabschieden und wünsche noch einen schönen Donnerstag. Ja, ich verabschiede mich dann auch, nachdem ihr natürlich ganz klar den Abonnierbefehl gemacht habt. Den Kanal abonnieren, Glocke an, kommentieren, ist hier unten unter den Shownotes und dann den Beitrag natürlich liken. Danke, dass wir steigen. Also wir sind ja echt sehr stark gestiegen. Die View-Zahlen sind wirklich hochgegangen. Wir haben jeden Tag mehr und mehr Watchtime und vor allem auch Leute, die subscriben. Nochmal an dieser Stelle nochmal danke, danke. Vielen Dank. Und ich schließe mich meinem Vorredner, dem Kollegen Mario H. aus G. Name der Redaktion bekannt und nicht geändert, an und bedanke mich und wünsche euch einen wunderbaren. Ja? Ja? Ja. Donnerstag. Donnerstag. Na, wollte ich nicht sagen, weil das Problem ist mit Donnerstag, wenn jemand das am Freitag guckt, dann hat er ja Freitag und nicht Donnerstag. Dann sagt er, sind wir besoffen oder was? Dann wünsche ich natürlich auch einen tollen Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, vielleicht auch einen Mittwoch. Also einen wunderbaren Tag, wo man immer ja auch schaut. Bis dann. Ciao.